Startups aufgepasst! Produziert ihr zum Beginn eurer Selbstständigkeit Verluste, dann solltet ihr euch dieses Video unbedingt bis zum Ende ansehen, um unangenehme steuerliche Konsequenzen zu vermeiden. Die Liebhaberei. Liebhaberei kann zwar auch emotional werden, hat aber nichts mit einer Liebschaft zu tun, sondern ist ein rein steuerlicher Begriff. Dieser heißt nichts anderes, als dass eine bestimmte Tätigkeit mittel- bzw. langfristig keinen Gewinn erwarten lässt. Wird eine Tätigkeit als Liebhaberei eingestuft, bedeutet das, dass die Einnahmen für die Berechnung der Einkommensteuer unbeachtlich sind. Das ist eigentlich super, das Problem ist jedoch, dass auch Verluste steuerlich nicht anerkannt werden. Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn ihr eine positive Haupteinkunftsquelle habt, das heißt zum Beispiel ein Angestelltenverhältnis und nebenbei einen Verlust produziert. Dieser Verlust reduziert dann euer Gesamteinkommen und ihr bekommt dadurch Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer vom Finanzamt zurück. Und immer wenn das Finanzamt etwas zurücksahlen muss, könnt ihr euch sicher sein, dass sie das nicht so gerne machen. Und deswegen nimmt das Finanzamt in diesen Fällen eure verlustproduzierende Nebeneinkunftsquelle genau unter die Lupe. Was heißt das? Das bedeutet, es wird genau geprüft, ob es sich dabei tatsächlich um eine Einkunftsquelle oder lediglich um ein Hobby handelt, welches ihr steuerlich absetzen möchtet. Was wären jetzt Beispiele für Liebhaberei? Ihr seid angestellt und betreibt zum Beispiel nebenbei einen schlecht gehenden Handel mit Modellautos oder ihr betätigt euch künstlerisch oder vermietet eine Wohnung nebenbei. All diese Nebentätigkeiten sind grundsätzlich einmal Liebhaberei verdächtig, wenn sie Verluste generieren. Und solange ihr damit Gewinne erwirtschaftet, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Denn ihr bezahlt ja eh Einkommensteuer und wenn man brav Steuern zahlt, schimpft das Finanzamt bekanntlich nicht. Ja, was passiert, wenn ihr Verluste produziert? Naja, jetzt kommt es einmal darauf an, um welche Verluste es sich handelt. Sind es Verluste aus einer betrieblichen Tätigkeit oder aus der Vermietung einer Immobilie? Und damit dieses Video jetzt nicht den Rahmen sprengt, möchte ich jetzt nur auf die betrieblichen Verluste eingehen. Für Verluste für Mobileninvestments, sprich für Immobilieninvestoren, wird es noch ein eigenes Liebhaberei-Video geben. So, ihr startet mit einer Nebentätigkeit. Bleiben wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Handel von Modellautos. Euer Geschäft erwirtschaftet nachhaltig Verluste, das heißt ihr startet und kommt einfach nicht aus der Verlustzone heraus. Die Verluste erklärt sich brav im Rahmen der Einkommensteuererklärung und holt euch damit regelmäßig die Steuergutschrift vom Finanzamt zurück. Ja, nun wird dann das Finanzamt aufmerksam und das ist bekanntlich immer schlecht. Und ihr werdet dann geprüft, ob die Absicht und auch vor allem die Möglichkeit besteht, mit eben dieser Tätigkeit einen Gesamtgewinn zu erzielen. Und hier gibt es zwei gravierende Punkte, die wir laut Gesetz, laut der Liebhabereiverordnung unterscheiden müssen. Punkt eins, das sind Tätigkeiten, die durch die objektiv nachvollziehbare Absicht veranlasst sind, einen Gesamtgewinn zu erzielen und bei denen von vornherein vermutet wird, dass eine Einkunftsquelle vorliegt. Und Punkt zwei, das sind Tätigkeiten, für welche die Vermutung von Haus aus schon mal gilt, dass es sich um Liebhaberei handelt. So schauen wir uns jetzt mal die Punkte genauer an. Punkt eins, ist eure Tätigkeit objektiv betrachtet dafür geeignet, einen Gewinn zu erzielen? Wenn man das bejahen kann, dann könnt ihr in der Anlaufphase der ersten drei Jahre problemlos Verluste einfahren, ohne dass das Finanzamt jetzt großartig nervös wird. In diesen drei Jahren liegt jedenfalls eine Einkunftsquelle vor. Darüber hinaus wird es noch schon spannender, weil da wird anhand einiger Kriterien geprüft, ob ihr tatsächlich einen Gesamtgewinn erwirtschaften wollt. Diese sind zum Beispiel das Ausmaß und Entwicklung der Verluste. Das heißt, wie entwickeln sich die Verluste der Jahre? Wären die weniger? Wären die mehr? Dann, wie ist das Verhältnis der Verluste zum Gewinn? Habt ihr ab und zu auch Gewinne, die Verluste wieder kompensieren? Weiters beurteilt das Finanzamt auch die Ursachen, aufgrund derer ihr im Gegensatz zu vergleichbaren anderen Betrieben keinen Gewinn entzielt. Das Finanzamt hat ja viel mehr Daten und kann da schon einiges herauslesen. Es wird auch darauf geschaut, ob ihr euch eure Leistungen marktgerecht anbietet. Um jetzt nochmal auf dem Modell Autohandel zurückzukommen, habt zum Beispiel keinen Onlineshop, macht auch keine Werbung dafür und habt auch keinen Verkaufsraum in gut freckendierter Lage, naja dann wird schwierig sein, dass aus heiterem Himmel auf einmal Kunden kommen und euch die Ware abkaufen. Das wäre dann somit kein marktgerechtes Verhalten. Ja und auch wird auf das marktgerechte Verhalten bei der Preisgestaltung geachtet. Und last but not least wird auch auf die Art und das Ausmaß der Bemühungen zur Verbesserung eurer Ertragslage geachtet. Setzt die Rationalisierungsmaßnahmen um, um eure Kosten zu reduzieren, macht die Werbung für das Geschäft und so weiter. Ja und aufgrund dieser zahlrechten Kriterien entscheidet dann das Finanzamt, ob es sich in eurem Fall um redliches unternehmerisches Scheitern handelt oder ob Liebhaberei vorliegt. Wird Liebhaberei festgestellt, müsst ihr die bereits erhaltene Steuergutschriften für die jeweiligen Jahre an das Finanzamt zurückzahlen. Aber Achtung, die ersten drei Jahre nicht, erst ab dem vierten Jahr. So und jetzt schauen wir uns den zweiten Punkt an, nämlich Tätigkeiten, für die die Vermutung schon von Haus aus gilt, dass es sich da beim Liebhaberei handelt. Ja, was wären das jetzt für Tätigkeiten? Nun einmal die Bewirtschaftung von Wirtschaftsgütern, die sich besonders für eine Nutzung der privaten Lebensführung eignen. Das hört sich ein bisschen geschwollen an. Was versteht man darunter? Naja, zum Beispiel, ich bin ein Pferdelieber, aber ich züchte Pferde nebenbei. Oder ich vermiete mein Sportflugzeug, meine Jagd, was auch immer. So in diese Richtung. Oder auch Tätigkeiten, die auf eine besondere private Lebensführung bzw. Neigung zurückführen sind. Zum Beispiel Hobbymaler, Schriftsteller, bin Reittrainer. Solche Tätigkeiten. Ja, aber auch die Vermietung von Ein- oder Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen, die sogenannte kleine Vermietung. Die ist grundsätzlich einmal auch Liebhaberei verdächtig, aber wie gesagt, dafür wird es ein eigenes Video geben. So ein Treten bei diesen Tätigkeiten Verluste auf ist gleich von Beginn an Liebhaberei anzunehmen und zwar in der Einkommensteuer und in der Umsatzsteuer bedeutet, ihr könnt nicht nur die Verluste nicht ausgleichen, sondern ihr bekommt auch keinen Vorsteuerabzug. Und diesen dreijährigen Anlaufzeitraum gibt es bei dieser Art der Tätigkeiten leider nicht. Und weil wir jetzt gerade die Umsatzsteuer angesprochen haben, die Liebhaberei in der Umsatzsteuer gibt es nur für den letztgenannten Fall und nicht für den ersten Fall. Wird eure Tätigkeit zum Beispiel beim ersten Fall, zum Beispiel beim Modellautohandel, als einkommensteuerlich Liebhaberei qualifiziert, dann seid ihr dennoch umsatzsteuerpflichtig, solange kein Kleinunternehmer seid. Was ein Kleinunternehmer ist, dazu gibt es ein eigenes Video. Diese Kleinunternehmerbefreiung habe ich euch hier oben verlinkt. So, ich hoffe ich konnte euch mit diesem Video einen Überblick über die Liebhaberei und auch ein paar Tipps zu deren Vermeidung geben. Schaut, dass ihr nicht so viele Verluste erwirtschaftet und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.